Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein DIY-Set, was ich durch Zufall gefunden habe. Da gibt es ein Mosaik-Servier-Tablet, glaube ich so ungefähr hieß es. Ich verlinke euch, wenn ich es nochmal finde, verlinke ich es euch auf jeden Fall nochmal. Und dachte mir, das probiere ich aus. Ich finde ja das Mosaik-Muster generell sehr, sehr schön. Es gibt unterschiedliche Farbmuster, ihr seht da auf diesem kleinen Faltblatt auch, es gab Blau, Grün. Ich habe mich jetzt für das Alt-Rosa entschieden. Und da ist das Brettchen mit bei, da ist das Ganze zum Anrühren, diese Mörtelmasse. Und ja, dementsprechend hatte ich dann einfach ganz viel Spaß, erstmal das Ganze zusammen zu puzzeln. Ich habe von dem Ganzen ein bisschen rausgeschnitten, wo ich das Ganze jetzt zusammen puzzle für mich. Es wird als Tipp so ein bisschen gegeben, immer so am Rand natürlich auch angefangen, wie so ein typisches Puzzle eigentlich, und zu gucken, dass dort die Ränder immer schön glatt sind. Man kann sich komplett frei austonen. Ich habe es wirklich farblich sehr gemischt gemacht, also gleichmäßig verteilt. Man kann es natürlich eben auch, weil unterschiedliche Farbtöne von dieser Farbfamilie dabei sind, dann natürlich auch alle Farbtöne irgendwie sortieren. Kann man selbstverständlich auch machen. Ich habe es einfach zu Anfang erstmal, um ein Gefühl zu bekommen, wie legt man es ungefähr hin, habe ich es ohne Ankleben erstmal gemacht, was für mich so auch ganz gut gepasst hat. Und irgendwann, als ich gut den Rand auch hatte, habe ich dann angefangen, das Ganze aufzukleben. Der Kleber liegt hier an der Seite, das ist die kleine Tube, und es ging relativ gut damit, muss ich mal sagen. Man sollte so ein bisschen schauen, dass es nicht zu eng aneinander rangeklebt wird, damit der Mörtel auch noch Platz hat und das Ganze fixiert. Und das sind aber auch Tipps, die alle in diesem Heftchen drinstehen. Also ich muss sagen, ich fand die Anleitung jetzt eigentlich ganz gut. Ich hatte nur so ein kleines Problem dann beim Mörtel anrühren, was aber dann eben auch vollkommen in Ordnung war. Ja, also ich habe es irgendwie gerettet bekommen, es ist auch fest geworden, es ist schön geworden, ich liebe es. Und dadurch, glaube ich, habe ich alles richtig gemacht und kann das Set also dementsprechend auch wirklich empfehlen. Wer so ein Brettchen gerne mag, ich habe noch ein Set, das werde ich euch dann irgendwann nochmal zeigen, wenn ich nochmal das Ganze dann mache. Und wollte es jetzt nicht alles in einem Video machen, das mache ich generell nicht ganz so gerne, mehrere Sachen einfach, weil ich eben auch bloß einmal in der Woche das Video hochlade und ich natürlich auch immer einen ganz kleinen Moment ja immer brauche, um die jeweils zu machen und habe zwar immer noch so ein paar Sachen, die so vorgedreht sind, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich euch einfach auch schöne neue Sachen zeigen kann. Und wie gesagt, das Set, ich habe es nicht bereut, ich finde es gut. Gut, es steht jetzt also wirklich in der Küche. Ich muss noch schauen, wo es dann finally dann hingeht. Und, aber wie gesagt, ich mag das eigentlich ganz gerne. Hatte mich so ein bisschen zwischendrin geärgert, weil ich glaube, ich hatte eigentlich eine andere Farbe bestellt gehabt. Aber vielleicht habe ich auch einfach falsch geguckt. Ich habe mir also die Bestellbestätigung nicht angeschaut und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach versehentlich was in den Warenkorb gepackt habe und dachte, ich habe jetzt die andere Farbe reingepackt. Ich hätte nämlich gerne das Grün gehabt. Und also dementsprechend war es dann leider jetzt das Altrosa, was aber trotzdem auch wunderschön ist. Also auch die Rot-Töne, Rot-Rosa-Lila-Töne finde ich wirklich sehr, sehr schön und haben sich da eben auch gelohnt. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, das ist einfach mein Fehler. Und eben halt auch, weil ich die Bestellbestätigung nicht mir nochmal angeschaut habe. Hätte ich machen können, dann hätte man bestimmt nochmal das Ganze austauschen können. Aber es sollte halt so sein. Also dementsprechend ist es in Ordnung so. Und hier seht ihr schon, hier komme ich zum Ende hin, dass ich dort halt dann das Ganze festgeklebt habe. Ich habe den Kleber dann auch eine Weile fest werden lassen, also aushärten lassen. Circa Stunde, anderthalb. Ich glaube, als Empfehlung war eine halbe Stunde. Ich habe es aber, wie gesagt, ein kleines bisschen länger gemacht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich schaue einfach immer, dass ich es lieber ein bisschen länger mache, als dass mir dann irgendwie alles entgegenkommt. Und aber auch da ist jeder irgendwie ganz für sich. Die Steinchen haben auch gut gereicht, das seht ihr hier. Und vielleicht, ich habe die aufgehoben und werde ja bestimmt, vielleicht fällt mir noch irgendwas Schönes, Kreatives dazu ein, was ich dann damit machen kann. Und ja, so sieht der aktuelle Zwischenstand aus. Und wie gesagt, ich finde es jetzt schon schön, ich mag es. Und ja, da seht ihr auch, ich habe teilweise ein bisschen viel von dem Kleber drauf gehabt, was aber auch überhaupt nicht schädlich deswegen war, dass da jetzt irgendwie deswegen irgendwas schiefgegangen ist. Ja, danach habe ich den ganzen Mörtel angerührt, habe mir dann schon Wasser hingestellt in meiner Lieblingstasse, die ich von meiner Freundin mal bekommen habe. Und der Mörtel war selber auch mit dabei. Und das Schwämmchen und das Rügerstäbchen. Dazu müsst ihr euch nur, also ich habe mir dann so ein bisschen so einen Esslöffel mit dazu genommen, um das Wasser dann ein bisschen zu portionieren. Ich war zum Schluss anscheinend ein bisschen ungeduldig, weil der Mörtel dann sehr, sehr dünn war. Und, aber es hat dann trotzdem gut funktioniert. Also dadurch, da habe ich jetzt einfach für mich dann gesagt, läuft. Genau, hier ist übrigens meine Tasche, äh, meine Tasse. Ich liebe sie, wie gesagt, sehr. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass ich sie bekommen habe. Und da war jetzt nur eins, irgendwie ist so ein bisschen was abgegangen. Aber das lässt sich bestimmt reparieren, wenn ich so weit bin. Das Anmischen war übrigens auch sehr, sehr einfach. Und hat sich eigentlich sehr gut gemacht. Die Anleitung war dazu so ein bisschen irreführend, glaube ich. Aber vielleicht war ich einfach, wie gesagt, es gibt ja Momente, da bin ich nicht gerade mit Geduld gesegnet. Und habe das dann einfach gemacht, wie es für mich ganz gut passte. Und, wie gesagt, das erste Mal, wo ich jetzt zwei Esslöffel reingemacht habe, fand ich sehr, sehr dickflüssig. Dann dachte ich, okay, da machen wir jetzt einfach mal nochmal zwei hier rauf. Und das war dann irgendwie dann doch zu viel. Weil die Esslöffel bei mir auch relativ groß sind, hätte ich vielleicht den kleineren genommen, wäre es vielleicht nicht passiert. Also da einfach als Tipp ein bisschen geduldiger sein. Und das Ganze vielleicht einfach so ein bisschen entspannt dann doch angehen. Und dann eben so nach und nach rühren. Und aber, wie gesagt, ihr könnt das, glaube ich, besser als ich. Und genau. Ich habe also das Ganze gut durchgemischt, habe das angerührt, habe es dann auch noch einen Moment stehen lassen, damit es schon mal so ein bisschen andickt. Einfach, weil es bei mir ein bisschen dünnflüssiger war. Und dadurch ging es dann irgendwie dann doch ganz gut. Ich habe das mit dem Finger dann verstrichen. Das seht ihr aber gleich. Und dann seht ihr auch, wie ich es ungefähr gemacht habe. Klar, wenn es ein bisschen dickflüssiger gewesen wäre, wäre es vielleicht leichter gegangen. Aber ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es zumindest dadurch sehr gut in die einzelnen Rillen gelaufen und konnte dadurch sich auch gut festsetzen und habe das Ganze dann eben wirklich gut gemeistert. Ich habe auch gleich alles auf einmal raufgeschüttet, mehr oder weniger, weil ich irgendwo auch da wieder nicht mit Geduld gesegnet war. Hat sich aber trotzdem sehr gut gemacht. Habe dann einiges wieder runternehmen müssen, weil es einfach dann doch zu viel drin war. Also seid da ruhig ein bisschen sparsam mit. Macht es Schritt für Schritt. Kann ich euch als Tipp nur geben. Das ist einfach sonst ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, ich war hochmotiviert, das Ganze ein bisschen langsamer zu machen. Aber dieses Stäbchen ist dafür einfach kontraproduktiv. Ich wollte es auch nicht mit einem eigenen Löffel machen, weil das einfach nicht so funktioniert hätte für mich. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt gemacht habe, war das vollkommen in Ordnung und hat dann eben, wie gesagt, auch gepasst. Verteilt habe ich es dann eben mit den Fingern. Also da einfach, wer so ein bisschen mit trockenen Händen, Fingern zu tun hat, der sollte vielleicht dann auch nochmal zur Sicherheit sonst ein paar Handschuhe tragen, weil natürlich der Mörtel das Ganze auch ein bisschen austrocknet. Bei mir sind die Hände dann einfach ein bisschen trocken geworden. Ein, zwei Stellen. Ich habe es ja auch nicht, meine Hände sind auch sehr oft sehr trocken beziehungsweise haben so trockene Stellen. Und wie gesagt, für mich wäre es, glaube ich, auch gesünder gewesen, das Ganze einfach mit Handschuhen zu machen. Aber ich tue mich manchmal mit Handschuhen schwer, weil man da einfach so dieses Gefühl nicht so richtig für das Material hat. Das habe ich auch, ich hätte es, glaube ich, gerne mit dem lufttrockenen Ton, den ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Wären, glaube ich, Handschuhe nicht schlecht gewesen, einfach weil es so trocken dann einfach waren meine Hände. Aber man hat dieses Gefühl einfach nicht. Und das finde ich dann immer so schade, wenn man so mit trockener Haut zu kämpfen hat. Aber, ja, das ist Schicksal. Ja, während ich da jetzt noch das Ganze verteile und mache und tue und dann abwische. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich sage es gerne immer wieder, weil ich einfach wichtig finde, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir sind jetzt bei 789 Abonnenten. Ich freue mich immer mega, jetzt unabhängig davon, dass das wieder so ein Zahlenspiel ist, was ich sehr, sehr gerne mag. Dieses, wenn man so Zahlen sieht. Ich weiß nicht, ob das noch andere so kennen. Ich sehe gerne so Reihenfolgen. Ich sehe Muster, die da drin sind. Letztens waren wir bei 787, wo ich dann die 787 halt ganz schön fand. Also nicht nur normale Schnappszahlen finde ich toll. Ich mag eben auch die 789, wo dann eben 789, wo so eine Reihenfolge drin ist. Also da ist mein Zahlenmonk sehr ausgeprägt und finde das sehr, sehr gut. Hier übrigens, bevor ich weiter noch rede, das Ganze habe ich dann auch einen ganz kleinen Moment antrocknen lassen und habe dann, also vorher habe ich noch alles, was drüber stand, wirklich runtergenommen. Da könnte er kreativ sein. Entweder einfach abwischen mit Seva oder wie auch immer oder halt eben wirklich dann einfach versuchen, das Ganze wieder reinzuschubsen in den Becher. Und dann habe ich das Ganze mit dem kleinen Schwämmchen abgewischt. Falls ihr übrigens hier im Hintergrund immer Geräusche habt, ist ja relativ warm teilweise draußen, sodass ich dann einfach das Fenster offen habe. Und bei mir ist so ein kleiner Fußballplatz und da spielen die Leute, die Kinder immer ganz gerne und machen dementsprechend einfach ein bisschen Lärm. Ja, hier, wie gesagt, ich nehme das Ganze runter. Ich musste das Wasser öfter mal austauschen, einfach weil es halt eben doch immer einiges an Produkt war, was da wieder runter musste. Und ja, dementsprechend. Aber wie gesagt, ich finde es gut, ich mag es und habe das für mich, glaube ich, sehr genossen, das einfach so zu machen. Und wie gesagt, wenn dann die Farben wieder durchkommen von diesem ganzen Mosaik, finde ich das schon sehr, sehr schön. Wie gesagt, Mosaik habe ich schon mal gemacht. Da habe ich, glaube ich, eine kleine Vase gemacht. Die kleine Vase habe ich immer noch dastehen. Ich mag sie sehr, auch wenn sie ein bisschen... Irgendwann sind mir, glaube ich, die Steinchen so ein bisschen durcheinander gerutscht. Die waren direkt viereckig. Und wenn es natürlich verrutscht, dann sehen die richtig akkuraten Vierecke leider nicht mehr ganz so harmonisch aus. Und für mein kleiner Monk ist das dann halt dann immer ein bisschen schwierig. Die Ränder übrigens habe ich auch noch mal mit der anderen Seite vom Schwamm später noch mal weggemacht, damit dort das Holz einfach ein bisschen mehr durchkommt. Und es steht auch in der Anleitung, man sollte natürlich das Brettchen oder das Tablett nicht in den Geschirrspüler stellen. Aber man kann das ganz getrost mit Wasser abwaschen beziehungsweise auch abwischen. Also dementsprechend das Holz, das kommt dann auch immer wieder noch mal mehr durch, wenn man dann soweit ist und das Ganze wirklich nutzt und macht. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ich fand es wirklich schön, weil das so etwas Schönes, Beruhigendes hatte. Und es gibt einfach beim Basteln so schöne Sachen, wo man einfach ganz toll runterfahren kann. Also nicht nur, dass man, als man das Mosaik raufgeklebt hat und gemacht hat, sondern einfach auch das Abwischen danach. Und wie gesagt, wer da einfach so ein bisschen zur Ruhe finden will, kann ich nur unterstützen. Es ist einfach wirklich was ganz, ganz Schönes. Und gerade in diesem hektischen Alltag, der gerade überall herrscht, glaube ich, braucht jeder irgendwo seine Ruhe. Eure Oase. Andere machen Sport, gehen einfach rennen und sind dann für sich oder mit anderen. Und das ist sowieso unterschiedlich. Also dementsprechend sucht euch eure Oase, wo es euch wirklich gut geht, wo ihr was für euch tut. Weil nur das ist so wichtig, damit man einfach so nicht irgendwann nur noch gehetzt ist. Es ist einfach überall so heutzutage. Einfach im Job, im Familienbereich. Überall ist es einfach nicht ganz so einfach. Und ja. Ja, ich habe es dann immer ganz vorsichtig abgewischt, damit es auch gut funktioniert. Und ich fand, das sah dann so schön schon aus. Das Ergebnis zeige ich euch gleich nochmal in Ruhe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr gönnt euch sowas auch. Oder ihr seht, dass entweder könnt ihr das selber machen. Das heißt, euch die Zutaten dafür holen. Oder halt eben, ich finde das Set. Und es ist keine Werbung. Ich bekomme dafür kein Geld. Will ich gleich nochmal dazu sagen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich gehe davon aus, nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.